Hallo liebes Team vom Kinderpalliativzentrum. Wahnsinn, es gibt euch schon zehn Jahre. Vor Jahren durften wir euch bei eurem fünfjährigen Jubiläum kennenlernen und es war sofort klar, da müssen wir helfen. Seitdem unterstützen wir euch jedes Jahr mit unserem Weihnachtsmarktstand. Das gesamte Team gratuliert euch ganz herzlich zum Jubiläum. Wir freuen uns auf weitere zehn Jahre Kinderpalliativzentrum.